Hallo meine Freunde, hier ist wieder euer Jupa in Kooperation mit exile.eu. Möchtet ihr euch gerne etwas über PoE-Tools und Makros erzählen? Und zwar, es gibt ziemlich viele Makros und Tools für PoE und das sind alles so kleine Helferlein, die euch helfen, einfach zum Beispiel beim Kaufen und Verkaufen. Soweit sind wir zwar noch nicht, aber ich möchte euch erstmal erzählen, was man wirklich braucht, wenn ihr plant, jetzt weiter zu spielen. Und zum Beispiel gleich werden wir auch darüber reden, wie kann man Sachen verkaufen. Und Mercury Trade ist zum Beispiel ein Tool, wo man das Traden wirklich sehr, sehr viel vereinfachen kann. Das ist hier dieses Fenster hier unten über meiner Kamera. Ansonsten haben wir das Trade-Makro, was uns zum Beispiel irgendwelche Items preisen kann. Das sagt uns zum Beispiel hier, das Ding ist 3x wert oder diese Flask hier ist 50 Chaos wert oder sowas. Das nimmt halt irgendwelche Preise, die wir dann halt nicht immer nachschlagen müssen bei PoE-Trade und auf irgendwelchen externen Seiten. Und das ist halt das Trade-Makro und das hier ist Mercury Trade. Das sind die beiden wichtigsten Tools. Wichtig zu wissen, Trade-Makro lässt sich leider mit dem deutschen Sprachpaket nicht spielen. Mercury Trade kann man Deutsch und Englisch spielen und benutzen. Das heißt, Mercury Trade für alle, Trade-Makro leider nur für Leute, die mit dem englischen Sprachpaket spielen. YOLO-Maus, LabCompass und CurrencyCop sind auch nochmal Tools, die man benutzen kann. Da werde ich aber keine separaten Videos in diesem Fragment machen. Da habe ich schon Videos gemacht auf meinem Kanal, da werde ich einfach die Links unter dieses Video machen. Hier seht ihr zum Beispiel einmal YOLO-Maus. Das ist zum Beispiel im Gefecht. Wenn ihr mal in einer Gefahrensituation seid, dann seht ihr immer ganz genau, wo ist meine Maus. Anstelle von diesem minikleinen Mauszeiger, damit kann ich gar nicht mehr spielen, weil der halt super unübersichtlich ist. Und hier kann man halt die Farbe halt aussuchen und da kann man sich selber so ein bisschen was Schönes einstellen. Man kann die Größe halt auch verändern und so könnt ihr halt immer so ein bisschen was für euch dann einstellen. Das ist aber YOLO-Maus. LabCompass ist für LabFarmer gedacht. Da kann man sehen, welche Räume man in welchem Raum ist, was die Zaro für Phasen hat, ob man warten muss oder nicht. Welche Dark Shrines in der Ebene sind und ob da irgendwelche Keys versteckt sind oder so. Das kann man alles durch den LabCompass. Und Currency Corp ist nochmal ein Tool, was man braucht, wenn man zum Beispiel jetzt schon ein bisschen weiter ist, ein paar Maps farmen und einfach sehen will, hat sich das denn gelohnt oder nicht. Da kann man sehen, okay, welche Currency habe ich denn geholt, weil es ist ja natürlich nicht nur Chaos und Exalted ist was wert, sondern die ganze Currency ist was wert. Und man kann halt sehen, hat sich denn der Tag beim Mappen gelohnt, weil das Currency Corp analysiert immer einzelne Tabs. Kann zwar nicht alles analysieren, zum Beispiel Unique Items oder so kann er nicht analysieren, aber so Currency, Divination Cards und so weiter, das klappt schon ziemlich gut. Und da kann man einfach sehen, okay, wie viel Gewinn habe ich denn an dem Tag gemacht, wenn ich alles verkaufen würde. So, soviel erstmal dazu. Ich werde mit dem nächsten Video, werde ich Mercury Trade nochmal vorstellen, da es sich so ein bisschen geändert hat, dass das deutsche Sprachpaket dazugekommen ist. Und danach werden wir im übernächsten Video, werden wir dann das Trade Makro analysieren. Da gibt es richtig coole Sachen, die man damit machen kann. Und genau, danke fürs Zuhören, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Zuhören, wir sehen uns bei meinem nächsten Video.